Jedes Programm braucht Objekte. Um ein Objekt zu erzeugen, tippe auf das Plus-Symbol links unten in der Hauptansicht. Jetzt gibt es vier Möglichkeiten. Wir können unser Objekt selber zeichnen, ein Objekt aus der Medienbibliothek laden, ein Bild aus unserer Galerie nehmen oder ein eigenes Bild aufnehmen. In unserem Fall tippen wir auf Medienbibliothek. Jetzt siehst du eine Auswahl von verschiedenen Bildern. Wir suchen uns ein Tier für unseren Zoo aus. Ein Panda wäre ganz nett. Um es auszuwählen, tippe auf das Objekt. Jetzt kannst du dem Objekt noch einen passenden Namen geben. Wenn du auf OK drückst, wird das Objekt zu unserem Programm hinzugefügt, wie du in der Hauptansicht erkennen kannst. Nun wollen wir dem Objekt ein bestimmtes Verhalten geben, es also programmieren. Tippe dazu auf das Objekt, um zur Objektansicht zu kommen. Jedes Objekt hat Skripte, Klänge und Aussehen. Wenn wir auf Skripte tippen, kommen wir zur Skripte-Ansicht. Hier können wir Bausteine hinzufügen, mit denen wir unser Objekt programmieren können. Tippe dazu auf das Plus-Symbol. Wir sehen nun die verschiedenen Baustein-Kategorien. Gehe zuerst einmal auf Steuerung und tippe auf den Baustein, wenn Programm gestartet. Den nächsten Baustein holen wir wieder aus der Steuerung-Kategorie. Wir nehmen den Baustein Warte eine Sekunde und platzieren ihn direkt unter dem Baustein, wenn Programm gestartet. Als nächsten Baustein nehmen wir den Baustein Ändere Größe um, den wir unter Aussehen finden. Bei manchen Bausteinen gibt es Zahlen, die leicht unterstrichen sind. Das bedeutet, dass du diese Zahlen verändern kannst. Tippe auf die Zahl, um den Formeleditor zu öffnen. Hier kannst du nun einen anderen Wert eingeben. Wir wählen den Wert 50. Tippe auf OK, um den neuen Wert zu speichern. Probiere nun folgende Bausteine selber zu finden, zu verändern und zu platzieren. Hast du das gemacht, sollten wir uns einmal überlegen, was unser Objekt nun eigentlich macht. Wenn das Programm startet, wartet unser Objekt eine Sekunde, dann soll es größer werden, dann wartet es wieder eine Sekunde und dann wird es wieder kleiner. Hier ist es wichtig zu wissen, dass die Bausteine immer von oben nach unten abgearbeitet werden. Schauen wir, ob das wirklich der Fall ist. Um unser Programm zu starten, tippen wir auf den Play-Button. Und siehe da, es funktioniert. Tippe nun auf Zurück, um zur Steuerung zu kommen und hier nochmal auf Zurück, um zur Skriptenansicht zu kommen. Wenn du jetzt nochmal auf Zurück tippst, kommst du wieder zur Objektansicht. Wir haben nun unser erstes Tier programmiert. Natürlich können wir noch viele weitere Bausteine hinzufügen oder auch andere Tiere stellen und diese programmieren. Kommieren. Kommieren. Kommieren.